warte mal warum ist mein bett hier was ist hier passiert hat sich die leute hat sie mit einem haus eingebrochen hat sie in weit gebaut oder so oder warte mal manfred oder nie nicht manfred wir haben den typen genannt warte sekunde hier bist du doch geschrieben hier dass ich den nennen kann aber was glaubt ihr deswegen eingebrochen hat sich mein haus ausgebaut ich denke schon aber ich kann nicht durch aber was ist hier gemacht womit ist ausgebaut ich weiß auf jeden fall nicht ich weiß nicht ich weiß auf jeden fall nicht hier ich schätze mal gewissen neues hausbau oder ich meine auch ein paar geschrieben dass ich mir gleich so ein dings haus bauen kann so ein kleines haus draußen ja anscheinend ist jetzt irgendwie manfreds hut also ich weiß nicht ich weiß nicht bauen die sachen da überhaupt drinnen dort waren die sachen ja glaube ich nicht mal hier drinnen hier unten das brauchen wir aber dann nehme ich mal alles mit alles unwichtige dass ich hier mal da sind das fliegt fliegt bräuchte eventuell die ganzen beans das nicht das ein dings schenke ich dir manfred denn einen sattel hier könnte jetzt die manfred also potions das brauchen wir noch das brauchen auch genau das noch so erzählen des rest brauchen wir eigentlich nicht hier nur den brewing stand den brauchen wir noch den brewing stein reinos ich hätte nicht fast den falschen dings abgebaut all right dann schreibe ich mal wo ich hier ein neues haus bauen kann genau nämlich habe hier geschrieben dass auf jeden fall noch geschrieben silvestar darf das nächste video beginnen hallo welt ja natürlich dass das nächste video beginnen also das hier video ja natürlich vor dem video und ja es war jetzt ein holpriger start aber ja genau wenn ich mein haus eingenommen hat ich weiß nicht ja davon ja genau wenn ich mein haus eingenommen war ein block grad kleines loch gehe mal hoch und ja wie gesagt hier das ort ist richtig cool hier und wie gesagt sonntag ist ein live stream ein nämlich und unbedingt einschalten ist sonntag machen wir nicht so ein live stream da könnt ihr nämlich könnte mich so mitmachen und richtig ideen also wenn ich ein neues hausbau oder so da könnt ihr auch mitbestimmen oder so und ich habe einfach mal ich erstelle paar bäume an terraform mal aber unbedingt sonntag hier einschalten live stream hier und ich habe jetzt vergessen einen guten alten dings ein zu blenden der heißt nämlich miguel wohl links weil ich ganze hier geredet von dem aber ich habe vergessen den einblenden gerne mich geschrieben der miguel wohl links hat geschrieben name für den villager alfred oder dolf ja wie gesagt ihr könnt und er entscheidende kommentare ob ich alfred den villager den answer oder dolf und ja dann weiter mit dem video ich glaube so dort die bäume sind letztendlich verpackt hier den ganzen boden rein und so ich weiß nicht was für cool finde hier der motto ist das nämlich man blätter so dings so schnell abbauen kann all right sabio workbench so werkbencher kraft ich mir gleich nämlich dings hier zwei chess und double chess man natürlich dass man prüge sind zwar ich natürlich nicht so krachten zählen kraft hier zwei chess und die zweite so und die zeit und so nämlich bezüglich den meteoriten weil einer hat geschrieben wenn ich mir direkt muss unbedingt schauen welche ressourcen abfahren kannst du noch viele die ist dabei okay okay ich weiß ich beginne mich heute zum meteorit ich sage mal das beste ja ein nebenbei all right aber den hänger da kann man uns leider noch nicht kraften und ja wie gesagt können wir heute zum live stream wir gehen heute zu einem guten alten meteoriten kaktus hier das wichtigste vom wichtigsten mit also die eigentlich nur das mindeste vom wichtigsten also dass ich gerade noch überleben oder das schwert habe und so die rüstung wie gesagt all right magma cream amber und so das brauche ich nicht da ja das ist obwohl da habe ich brauche ich ja ich das war drinnen hier glas bottles blueberries aber ich habe die blubers gehen wir nächsten tag bald aus welchem nummer drei wir brauchen den hang glider einen das ist ein eisen und leder bauen wir und kann was der typ hier da drüben macht auf jeden fall ja dann gehen wir zum dings hier achsen noch schnell eigentlich immer ready to go so wie gesagt live stream heute also nicht heute sondern am sonntag wie gesagt hier ich weiß immer noch nicht wo mir die stein rot ist das weiß ich nicht ich bin gerade runtergefallen das wollte ich nicht vorne links ist gleich lava egal ist kohle aber ich brauche auch keine kohle aber ich habe angst dass hier irgendwie drachen über mir sind also cut wieder gelegt was ich zinte ich denke nicht ich kenne mal wieder weiter ich habe echt schon lange kann ich auch immer gesehen all right hier ist auch okay warte mal jump around profi easy warum ist der block ist eigentlich auch relativ schön zum bauen hier so easy all right ich habe ein zombie ich weiß nicht wo der ist dann ging mir unter mir oder so in der mine welche richtung müssen genau die richtung sich darunter und da höher bei x und z ich glaube ich kenne ich auch aus mit koordinaten in der meinschaft so kompliziert davon ist ja wüste ich sehr schlechte erfahrungen weil das sind irgendwie relativ viel würmer also okay ja irgendwo die richtung glaube ich ich habe die schräge richtung hier doch tatsächlich ist ein drache wald blueberry ich weiß auch schon schon schwarze nach es irgendwie Glaub ich, das ist ein böser Drache? Schnell, ein Bon, 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 ein Bon. Oh, oh. Hab ich gehört? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ähm, irgendwie, mehr oder weniger 10, 15 Minuten so gewartet. Ich hoffe, der ist nicht mehr da hier, der Dings. Äh, so ein bisschen Gold. Ja. Oh, Leute, hier ist wieder Obsidian. Nice, 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 sehr nice. Manuscript wieder. Und nochmal Obsidian. Ich nute den mal schnell. Ich hoffe, ich habe das tote Dings zu Eisen. ja ich nehme alles mit falls ich sterbe hier ich schau mal ich hoffe es ist nicht mehr da ich gehe einfach mal hoch ich gehe auch sehr schnell weg hier weil hier fast wieder kommt hier ist bisschen schicken dings ich habe das gekillt ich weiß es nicht allein hier liegt der tatsache liegt der drache hier ich hab das tod ja das tod hier die blick sagt wie kann man dings hier ist glaube ich gesagt dass man irgendwie mit der hand hier dann wird der hand hier den flaschen kann das kript dragon bone okay ich habe komplett gekillt nice nice okay dragon skull stage 3 gut zu wissen auf jeden fall der gute hat nicht so viel gedroppt finde ich es geht genau wo ist der meteorit eigentlich in die richtung hier sollte noch paar 100 200 blöcke zu sein okay ich hoffe ich hier kommen irgendwie nicht jetzt sicher sicher dings hier solche komischen dings weil ich gesagt im meteorit das ist richtig viel erz und sowas drinnen gefahren fliegt irgendwas und ich habe irgendwas dings sinken in wurm oder sowas ok 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 auch schnell weg schnell weg schnell weg der kommt er nicht auch oder oder kommt das dinge auch eine welt halt kommt das dinge der pegasus was ist auch noch nach ich hoffe nicht ich habe der kommt ja nicht rüber oder haha kommst du nicht rüber ich kann pfeile kommst du nicht rüber ha weißt du die dinge wie komisch aus das vieh hier sind das komische dings hier das komische ähm komische dings ich mache mir erstmal mehr blöcke falls er kommt dass ich mich einbauen kann ok greift du mich an hier oder ok greift nicht nicht an ok 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 alles gut schön hier mal rüber aber der kommt nicht rüber oder ich habe das wasserscheu oder sowas i don't know er kommt definitiv nicht ich weiß nicht ob da mehrwürmer oder so in den sand drinnen sind aber ich gehe mal in die wüste so leute von ist wenig stoff lol lol ok ok vielleicht sind da freunde von dem alfred oder wie heißt er ich alfred oder dings hier äh oder dulfo oder dulf genau ich weiß nicht genau wie gesagt ich könnte kommentare schreiben ähm wann ich hier äh also wie wie der wildstecher hier bei mir ähm heißen soll und da haben wir ein bisschen äpfel drin gehabt hallo stress du kartografer ok 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 hier ist nichts drinnen könnt ihr eigentlich bei denen übernachten ok oder der aber ich finde sie ganz schön ganz schönes dorf hier ja also da kann man richtig schön ähm wohnen actually ja wie gesagt ich bin jetzt erstmal am meteor ich gehe jetzt erst mal zum meteor und da vorne ist wieder so eine Pyramide oder sowas äh ich fokussiere mich hier mal jetzt auf den meteor auf den guten alten meteor ähm so aber wie gesagt hier ähm zu dem dings zu dem livestream sonntag nicht unbedingt einschalten hier äh nämlich der livestream äh der gute alte livestream und ja da machen wir jetzt relativ viel stuff bauen wir wahrscheinlich taus aus und so also wie gesagt unbedingt einschalten so wo ist jeder der meteor jetzt ich glaube das sollte direkt hier sein oder ich habe meine koordinaten wieder gefahren ist so ein haus äh ich weiß nicht wo ist der meteor und da fand ich wieder so viel ich gehe mal unbedingt weg ich habe angst so ich gehe mal vorne hin ich glaube ist das ist das meteor ich weiß nicht die komische viele spinnen ich weiß es nicht hoffentlich ist es der aber ich dachte wenn er zu oder so was sony meteor kommt doch das musste eigentlich sein oder aber ich habe schon das sollte eigentlich das stehen hier seit dem komische spinnen hallo ich mache richtig komische geräusche war ich mal hier ist so dass sie nicht hochklettern können easy bc so das ist ein spinn das sind es für spinnen das ist aliens gefällt habe ich nicht durch die abschließend schon ich glaube ich habe euch hat glückte vorne hier so easy pc die können hier nämlich nicht hochklettern so easy peasy ich habe auch kein gänse aus ok ok halten wenig aus was machst du hier oh mein geräusch richtig dings ich glaube ich scherze ich scherze ich scherze ich scherze ich scherze ich scherze ich mal ein bisschen runter weil so ich glaube ja das ist ja richtig viele bam 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 easy peasy okay sind dann noch mehr hier da gräber und loader dinos wer kann sie lief 10 so was kann ich alles weg kann was das hier so ein orangen teil war das ist relativ dunkel hier drinnen kümmern rein ich habe sie gerade nichts aber etwas bewegt dass sie gerade nichts aber was schon hier oder es leckt gerade ein bisschen auf jeden fall hier was ist das hier ich weiß nicht ist hier ein bisschen dings da vorne ist es so ein dings ich bei mal ein bisserl ab ich weiß nicht immer noch vorne oder ist ein großes vieh ich glaube ich sehe das nicht aber ich sehe es was soll ich habe gerade kein fackeln ich habe fackeln aber hier sind so riesen spinnviele drinnen ich mache mich darüber sorry ich könnte gerade nicht sehen aber ich habe keinen fackeln gerade und mir ist ein riesenvieh oh mein gott ich habe das fangt mich nicht gerade auf oder springt hoch sorry 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 dass ich gerade nicht sehe ok ok vorne ist nämlich ein chest hier ich hoffe das hier keine falle ist ein chest silver nuggets buch ich dachte hier wäre ein besserer loot so äh hier ist auf jeden fall ein chest schrift hier gold aber das glaube ich nicht mitnehmen ich gehe mal schnell nix hier raus ich dachte ich kann mal das tuch hinten ok easy pd rolex so ich gehe mal unbedingt hier wieder raus weil das große vieh ist auch irgendwie angst ich gehe unbedingt mal raus egal das war eigentlich viel loot aber dass ein meteor so groß ist ich weiß es nicht egal schon wieder nacht hier sehe ich gerade so ich gehe hier schnell hoch aber ich hoffe nicht dass dann noch welche gespawnt sind doch ich glaube das war der meteor oder ich denke nicht so nacht keine angst ich gehe gleich schlafen Sekunde 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 so genau jetzt easy pc hab noch kurz noch geschaut ob irgendwie zombies in der nähe sind ich glaube nicht ich gehe mal easy pc pro like hier weiter wieder nach hause nämlich hier vorne ist das ein Dings ist kein meteorit oder ne ist nur eine Höhle oder ne ist nur eine Höhle ok ok ich habe auch Erze drinnen jetzt gehe mal wieder nach hause äh ja und wie gesagt zu den livestream hier unbedingt sonntag einschalten weißt du oh lol hier sind schon solche Viecher oh 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 plumpi ok wir haben kein plumpi wuh oh lol oh oh ist er gerade lagged oh mein Gott oh mein Gott nein 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 auch schlechtes Wildscherdorf da kann es glaube ich nicht über wasser oder aber okay der hat kein damage gemacht oh 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 weg 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 bist du tot bist du tot also noch zweiter oh lol bist du tot ich weiß es nicht egal äh ich gehe mal zum Villagerdorf äh ich glaube ich übernachte hier gleich bei dem Villagerdorf weil es wird schon wieder nachten so ja dann übernachte ich gleich bei dem Villagerdorf ich glaube hallo Villagerdorf ich glaube das Haus warte warte welches Haus kann ich nehmen hier das ne ich glaube ich Kirche ne ich glaube ich nehme auch das Dings das Haus hier das Bücherhaus so Bad Losurin so alright ein bisschen ein bisschen äh nicht äh so ein bisschen ausleichten so dann würde ich auch mal sagen hier das was mit der Folge und ja unbedingt es äh am Sonntag anschalten äh Livestream hier nicht vergessen und ja in dem Fall lasst ein Like und ein Abo und ein Abo für mehr mehr komische Dings hier und das stimmt dann wieder tschau und tschau und tschau und dann schau die und also